Die Kreisarchäologie Rothenburg gibt es jetzt seit mehr als 40 Jahren. In dieser Zeit hat sie eine Sammlung zusammengetragen mit mehreren tausend Artefakten aus der Geschichte des zentralen Elbe-Weser-Dreiecks, von der ältesten Steinzeit bis zur zeitgeschichtlichen Objekten aus dem 20. Jahrhundert. Die Kreisarchäologie erschließt Geschichtsstätten durch Ausgrabung. Sie liefert immer wieder überraschende Details aus längst vergangenen Tagen. Die von uns geborgenen Objekte sind unser aller kulturelles Erbe, ist daher eine Verpflichtung, dieses Erbe zu erhalten und für die Öffentlichkeit zu erschließen. Da die Kreisarchäologie nur eine Sammlung unterhält, aber keine eigenen Ausstellungsräume besitzt, bieten die digitalen Medien eine Chance, Ergebnisse der Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln.